ja ab geht's in die sommerferien und bevor es da losgeht holt euch natürlich bei uns die coole zeugnisaktion ab alle schüler ab der zweiten und dritten klasse mit mindestens zwei einzelnen zeugnis können gerne bei uns vorbeikommen und sich was tolles abholen eine ganz coole überraschung für euch und dann wünsche ich euch ganz viel spaß in den sommerferien und lasst euch gut gehen bis bald eure kamen